Ja genau da möchte ich auch hin. Das anrichten, ja. Es lief super gut, ey. Also eigentlich lief es richtig beschissen. Kresse habe ich oben vergessen, dann sah das aus wie so eine Saupampe, was ich da angerichtet habe. Ende im Gelände bei mir. Wird wahrscheinlich dann nicht für den Tim Raue reichen, aber vielleicht für einen Pfannkrosin. Bitte die nächsten Löffel. Das ist hier ein Pfannenschnitzel quasi. Das ist so, wenn du aus der Pfanne noch mal so rauskratzt. So schaut das aus. Das ist jetzt nicht böse gemeint. Das liegt aber auch so. Das liegt nach Pfannensatz. Ja genau. Super. Super Proportion als super Grillteller. Sicher ein Löffel mit dem ein oder anderen handwerklichen Fehler. Aber aus irgendeinem Grund schmeckt der geil. Naja, weil das die alten Klassiker sind. Du hast einen Hauch Süße, du hast eine Cremigkeit durch die Soße. Dann hast du ein Schnitzelchen da drauf, die Möhre. Lecker. Absolutes Leckerchen. Ja. Ja, ist ein Leckerchen. Also mir schmeckt das richtig gut. Ich habe das schon ein paar mal besser gegessen. Ich bin nämlich total enttäuscht, weil ich habe mich darauf gefreut, weil es ist so ein Herzgericht. Und das habe ich so erwartet. Und dann ist es so diese Enttäuschung des feinen Herrn Spitzenkochs, dass er eben sagt, das Schnitzel war jetzt doch nicht so gut. Es gibt auch mal Dinge, wo die Fehlnote zu einer Kultur gehört. Ja. Wieso sagst du das jetzt beim Schnitzel? Wir sind uns uneinig einig. Aber wer hat es gekocht? So eine Dame, die das für die Familie immer wieder kocht, so Hausmanns-Hausfrauen-Kost. Also ich habe eher so das Gefühl, da ist so ein Berserker, der die Pfanne liebt und das Fett. Holen wir ihn rein? Ja. Ja. Herzlich willkommen. Also ich glaube, das ist der Löffel. Das ist der Löffel. Ja. Ja, Männer, ich bin Marco Volke, bin Dortmunder, bin Normalökonom und dualer Student im Baumarkt. Also eigentlich wollte ich zu dir, Tim, sage ich dir ehrlich, weil du machst die geilste Küche. Du bist für mich so Oberstufe, Endstufe. Aber ich stand schon da unten und habe mir gedacht, ey, für Tim reicht es nicht. Und nein, ich bin keine Hausfrau. Um auf den Löffel zurückzukommen. Aus irgendeinem Grund schmeckt das richtig gut. Aber es reicht ja nicht. Na jetzt weg mit den Selbstzweifeln. Der hat einfach geschmeckt. Es gibt bei Kochen, gibt es nicht richtig oder falsch. Es ist für mich an der Stelle nur für The Taste, wo so eine feinmotorische Arbeit vom Vorteil ist, wo man sehr ins Detail gehen muss, einfach nicht. Rede ich wirklich so viel? Ja. Okay. Leider nicht genug. So, jetzt streng dich aber an und mach schnell, gell? Ich brauche mich nicht anstrengen. Für ein Team hat es natürlich nicht gereicht. Vielen Dank, trotz all dem für die Performance. Ja, danke auch. Okay, Vollkatastrophe so. Was man halt sofort merkt, dass dir Kochen Spaß macht. Es ist halt auch so, dass dein T-Shirt auf Bauchhöhe genauso aussieht wie der Löffel. Bleib vor allen Dingen so wie du bist, voller Kraft und Energie und fokussiert das auf den Löffel. Easy. Weiß ich Bescheid. Ja, Frank. Was machen wir mit ihm? Was machen wir mit dir? Ja, ich hätte jetzt gesagt, entweder Dschungelcamp oder dein Team. Das ist das Gleiche. Das ist das Gleiche. Kommen wir zu mir. Weißt du, dass das ein Roulette-Tisch ist? Im Casino schon, bei dir nicht. Das ist schwarz oder rot. Ja. Dann mach mal da das Ding hoch. Dann guck mal jetzt, ob schwarz oder rot kommt. Nee. Geil! Ja, Mann! Ja, Mann! Korrekt! Ja, korrekt! Das ist der geilste. Ja, sicher! Ach, jetzt auf einmal! Wir lieben uns auch auf den zweiten Blick. Jeder, der in mein Team kommt, bekommt ein Team Rosinen-Armand. Geil! Ja, Mann! Korrekt! Puh, also, dass Frank sich Marco ins Team geholt hat, da muss ich wirklich sagen, ey, Atze, das ist eine Herausforderung. Ey, wir rocken das, wir gewinnen das. Auf jeden Fall. Ja, Tim, hör mal, falsche Entscheidung. Ja, geil, ich danke euch. Ich habe immer zwischendurch Kandidaten, die zu mir ins Team kommen, nicht weil sie den besten Löffel gekocht haben, sondern weil ich glaube, dass auch eine gewisse Verrücktheit jemanden dazu bringt, dass er angesteckt wird, hier bei The Taste sich weiterzuentwickeln, das könnte er auch. Wir haben schon eine sehr gute Qualität an Löffeln und Kandidaten gesehen. Sehr sensationell. Und vor allen Dingen auch mit einer hohen Individualität, mit einer Persönlichkeit ausgestattet, dass man davon ausgehen kann, dass wir auch über den Verlauf der Sendung tatsächlich noch, glaube ich, ein paar Mal richtig überrascht werden auf den Löffeln. Mir gefällt das, dass das richtig tolle Typen auch sind. Wollen wir mal gucken, wer von uns sich für den nächsten Löffel interessiert. Es gibt so Momente, wo du sagst, das ist nichts. Mir tut das dann auch immer leid. Aber kannst du nicht essen eigentlich. Der Löffel war schwierig. Als ich den gegessen habe, dachte ich, Fehler. Das ist wie ein Unfall, wo man nicht weggucken kann und in dem Fall nicht wegschmecken. Das ist kein Löffel. Jetzt kriegen wir aber Ikewana, sag ich euch. Alter Gesellenfalter. Der Löffel sieht sehr gut aus. Es ist auf jeden Fall schon mal ein Instapost. Wir gucken mal, wer das gekocht hat. Ich bin die Eva. Mein Name ist Sally Octavia. Ich bin der Maurizio. Ich bin Sarah. Ich bin richtig aufgeregt eigentlich. Ich brauche erstmal ordentlich Material. Ich bin richtig aufgeregt. Ich bin ganz, ganz entspannt. Ja, na was? Ich freue mich. Ich möchte jetzt eigentlich nur loskochen. Jetzt geht's los. Ich bin Hobbyköchin. Ich bin Profikoch. Ich bin Hobbykoch. Ich bin Profikoch. Aber mit ganz viel Leidenschaft dabei. Also ich habe halt ein Praktikum gemacht. Ich habe dann im Internet das Kochen gelernt. Ich habe aber viel mit Kochen zu tun, dadurch, dass ich eine Kochschule habe. Habe dann einfach in Internet gelernt. Ich koche seit über 20 Jahren. Ich habe alles im Internet gelernt. Und dann ist halt Koch irgendwie hängen geblieben. Ich bin ein Leidenschaftskoch. Yeah. Ich kann nichts anderes außer kochen. Genau. Liebe und Herz. Das sind die zwei besten Zutaten. Internet. The Taste ist die krasseste Kochshow der Welt, weil es nur um dieses eine Mal geht. Wir sind hier bei der Taste und wir müssen 110 Prozent geben. Ich kriege das nicht raus. Und dieses Gericht, was du vorher einmal kochen musst und es perfekt kochen musst, damit dieser Löffel auch einfach perfekt wird. Cool wäre es natürlich, wenn alle drücken, dann kann man sich das nochmal aussuchen. Ich möchte auch gerne diesen einen Löffel kochen. Ich bin jetzt gekommen, dass ich unter die ersten fünf mindestens komme. Ich kann das nicht bekommen. Und die letzten fünf wäre schon cool. Ich bin bis hierhin schon stolz auf mich. Also Finale wäre natürlich auch besser. Ich spiele nie für den zweiten Platz. Ich spiele immer für den ersten Platz. Also einer drückt schon. Bin ich mir eigentlich schon relativ sicher. Zweiter Platz bekommst du nur den goldenen Ananas, oder? So, die Löffel kommen. Ich zittert voll. Jetzt geht es los, ey. Boah. Fuck. Ich zitter, wie, womit ich nicht gerechnet habe. Schön, das ist echt alles. Das hier hat nicht so gut funktioniert. Ah. Kann ich das noch ein bisschen sauer machen? Geht nicht mehr, okay. Gott, das war... Uuuh. Ja, das war am Ende ein bisschen knapp. Warum zitter ich so? Ich war doch voll relaxed. Ich finde, das muss dann ein bisschen schöner werden. Aber es ist individuell angerichtet, würde ich mal sagen. Liebste Sally, für mich hast du so wenig gezeigt, was du in 60 Minuten schaffen kannst. Und da dachte ich mir, das ist wahrscheinlich nicht die richtige Person für mein Team. Dankeschön. Danke. Tut mir leid. Ciao. Tschüss. Hast du es mit dem Püree vielleicht zu gut gemeint? Ja. Aber warum? Der Löffel war zu klein. Mir war da einfach zu viel von allem drauf. Nicht böse sein, bitte. Aber bei mir habe ich leider keinen Platz für dich. Alles klar. Danke für den Besuch. Danke. Alles Gute. Tschüss. 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 Weißt du, Essen ist für mich so ein bisschen wie Sex. Und das war bei dir jetzt gerade ein Keutus Interruptus. Leider nicht. Alles Gute. Alles Gute. Tschau. 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 Hübsch, eins mit Bienchen und Sternchen obendrauf. Geschmack, bitte noch dran arbeiten. Vielleicht klappt es dann anders mal, aber heute nicht. Danke. Tschüss. Vielen Dank, Sarah. Jonas. Ja? Hi. Hi. Na? Ja? Geht's gut? Ja, super. Ja, super. Du kommst aus Bayern. Du bist hier aus der Ecke. Ja, ich bin da aus der Ecke. Ich komme aus Traunstein, aus dem schönen Chiemgau und bin halt jetzt in München. Toll. Ich bin so nervös. Das ist so krass. Die Hälfte vergessen. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. Butter immer ganz wichtig. Ich bin heute mit meiner Schwester da. Einer meiner Schwestern. Ich habe ja zwei Schwestern. Das sind zwei Jahre jünger und Zwillinge. Beide bildhübsch. Hi, Theresa Wetsch. Na, da hat dein Bruder aber nicht so viel versprochen vorhin. Er hat gesagt, du bist eine wunderschöne Frau. Danke, das kann ich nur zurückgeben. Oh Mann. Also wirklich, ganz toll. Dankeschön. Also ich koche heute einen Rehrücken aus der Hirschauer Bucht. Das ist direkt am Chiemsee. Den setze ich auf ein Kartoffelpüree. Ja, was gibt's denn? Heid auf, nach. Mach ein paar glasierte Karotten dazu. Ja, was gibt's denn? Heid auf, nach. Auf, nach. Gebratenen Spargel und eine Frühlingsmarkel. Mittlerweile bin ich seit drei Jahren in einem kleinen Restaurant in Traunstein. Und da bediene ich, da koche ich. Da mache ich eigentlich so alles. Bist du ein Fan von seiner Küche? Hat er dich schon oft bekocht? Definitiv. Also er verwöhnt die ganze Familie, meistens sonntags, mittags rum. Geil, oh. Darf ich schon? Ich bin zeitlich in den Engpass gekommen, weil es halt am Schluss doch irgendwie rucki-zucki gehen muss und vier Löffel mehr Handgriffe sind als gedacht. Die Soße habe ich nicht vergessen. Nee, ich habe einfach ein Zeitproblem gehabt, die da auf den Löffel zu bringen. Jetzt bin ich das Fleisch. Oh. Und dann war es wichtiger, das Fleisch drauf zu tun, weil wenn ich Kartoffelpüree mit Soße drauf tue, ist das auch scheiße. Und dann musste der Löffel halt so weg, wie er war. Ja, scheiße. Ich bin so gespannt, was die jetzt dann gleich sagen. Und ich habe ganz schwitzige Hände und ich möchte es jetzt einfach nur wissen. Oh lalalalalala. Nein, 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 du sollst dir nichts rausnehmen. Du nimmst so einen Links. Wenn du diese Löffelzusammenstellung siehst, ja, Püree, Gemüse, Meuchel, Fleisch, dann sagst du gleich, so schöne Sonntagsgerichte. Eins ist definitiv nicht dabei, eine Soße. Ja. Platz für Soße wäre auf dem Löffel nicht gewesen. Da waren jetzt eins, zwei, drei, vier, fast fünf, sechs Komponenten auf dem Teller. Und am Ende des Tages habe ich den Würzgeschmack des Fleisches nur im Mund und nichts anderes. Und den Buttergeschmack des Pürees. Also wenn man das hört, was die da drin sagen und der Aufzug zu ist, das ist der absolute Horror. Ich suche nach Kandidaten, bei denen ich entweder das Potenzial sehe oder schon eine absolute Individualität. Und das ist mir auf dem Löffel halt noch nicht so ganz ersichtlich gewesen und erschmeckbar. Vom Mundgefühl her und von der Langatmigkeit sauber und gut. Und jetzt bin ich gespannt, welche Person steckt hinter diesem Löffel. Bitte Aufzug auf. Oh, ein stattlicher Mann. Herzlich Willkommen. Hallo, grüß dich. Servus. Ich bin der Jonas, 26, aus Traunstein am Chiemsee. Und die Soße habe ich leider nicht mehr draufgekriegt. Schade. Du hast viel mit Fett gearbeitet, glaube ich, was prinzipiell auch gut ist. Aber dann brauchst du immer einen Gegenspieler, irgendwo eine Säurespitze, irgendwas, eine andere Konsistenz. Das ist sehr schmalzig gewesen, sage ich jetzt mal. Und so habe ich mich leider dagegen entschieden. Dafür, dass zu viel drauf war, haben sich die Produkte, die auf dem Löffel waren, nicht voneinander abgesetzt. Er weiß schon auch, wie er schauen muss, gell? Ach so. Ja, ja. Ach so. Ja, ja. Geschmeckt hat mir der Löffel wirklich, wirklich gut. Oh, das ist der Dackelblick. Da ist er wieder. Keine Ahnung. Aber ich habe nicht für dich gestimmt, weil mir die Stilistik und die Sicherheit gilt. Tut mir leid. Tut mir leid. Verstehe. Für mich ist die Soße immer das Rückgrat eines Gerichtes. Die Soße kann darüber entscheiden, ob es Weltklasse ist oder Kreisklasse. Du wirst den Weg hier bei The Taste nicht mit uns gehen. Du weißt schon, dass ich auch nur dran bin. Also ich habe noch nicht eingeloggt. Also jedenfalls in deiner Welt, wenn ich das richtig verstehe. In meiner Welt. Ah. Nein. Okay. Ich würde mir so wünschen, dass der Alexander Herrmann vielleicht doch einloggt. Das würde mir einfach alles bedeuten. Ich finde, das ist ein schöner Vergleich, Kreisklasse, Weltklasse. Ja. 120 Sekunden brauche ich, um die einzelnen Komponenten demjenigen so zu erklären, dass wir die Kreisklasse verlieren und auf dem Weg zur Weltklasse gehen können. Und dann habe ich mir gedacht, na dann loggst du dir mal ein, dann soll ja halt kommen, der Jonas. Dann ist auch noch der Alexander geworden. Das ist ja so geil. Ich wollte ja eh bloß zu dir. Jonas, bitteschön. Geil. Ja. Du weißt, dass du rausfliegen kannst und wir einen Joker für dich drucken können. Na? Ja. Jetzt schon, nachdem du uns dreien ja mitgeteilt hast, dass du zu uns nicht willst. Du kannst nicht rausfliegen. Du kannst nicht rausfliegen. Du kannst nicht rausfliegen. Herzlich willkommen. Super. Cooler Typ. Für dich. Servus. Boah. Geil. Geil, geil, geil. Das war gute Kritik. Wenn ich das gleiche jetzt wieder machen müsste, würde ich schon wieder ganz anders machen. Ich war fast gestorben. Ich weiß, aber der Alexander, der hat die von Anfang an super gut gemacht. Den wollte ich eh. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das ist so geil. Ich bin so stolz. Ach sorry, hi. Sorry, ich bin der Ben. Ich komme aus Köln. Ich bin Koch, Küchenchef. Ach so, sorry. Hallo. Ich will heute einen Lammrücken kochen in einem Sichuan-Ponzo-Soot. Gerösteten, besser gesagt, geflammten Brokkoli. Das ist Bimi, das ist japanischer Brokkoli. Mit Topinambo-Püree. Amaranth-Chip. Das ist aufgepoppte Amaranth. Und Fisalis. Ach so. Das sind die Fisalis, die lege ich jetzt einfach nur ein bisschen Maracuja-Saft ein. Mit Salz und Zucker. Ich bin Küchenchef. Ich bin der Tigermilch. Das ist ein gehobenes Restaurant in Köln. Und da machen wir mit Nikkei Küche. Nikkei Küche ist peruanisch-japanisch gemischte Küche. Das sind praktisch Japaner, die nach Peru ausgewandert sind und mit den peruanischen Produkten ihren japanischen Kochstil beibehalten haben. Und feier das halt total ab. Das ist einfach der Wahnsinn. Ich bin 20 Jahre Koch. Ich weiß genau, wann ich was wie mache. Riech mal da dran. Riech mal da dran. Das ist Wahnsinn. Wer hat die Chilis noch karamellisieren? Das bringt nochmal so ein bisschen mehr Funk an die Scheiße. Das wird knallen. Der Hammer. Ich wusste es auch, wenn ich die Scheiße fände ich dir sagen, vorher anröste, dass es noch merken, wo man wird. Richtig schön, man. Freue ich mich total. Der ist geil. Der ist perfekt, so wie er sein muss. La 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 la. Hat alles geklappt. Besser, als ich gedacht habe. Kann ich loslegen? Scheiße. Fuck. Chili vergessen. Es ist auch lecker. Wollen wir mal probieren? Ja. Ich bin gerade davon begeistert, wie viel Soße an einem Löffel kleben kann. Ich habe selten einen Löffel gehabt, der nach so viel gerochen hat. Der hat mir die totale Versprechung gemacht. Und dann probiere ich ihn und dann ist er ziemlich leer. Was ich am krassesten fand gerade war, diese Breihigkeit dieses Sesamtalers, der dann alles irgendwie so einschleimt. Was für ein Sesamtaler? So, Aufzug, öffne dich und ich würde gerne sehen, wer so viel Soße an einem Löffel geklebt hat. Hallo, also ich komme erstmal da vorne. So, ich bin der Ben. Hi. Ich komme aus Köln. Ich bin Koch. Ist dir die Soße ein bisschen zu stark einreduziert? Kann das sein? Ähm, das kann sein. Ich habe das Problem gehabt, die Soja-Soße war sehr salzig, die ich hatte. Das war halt aus dem Supermarkt und das war halt, ja. Das ist so das Problem, was ich jetzt hatte. Ja. Naja, ich denke, wenn ich jetzt über deinen Löffel rede, alles was drauf war, war alles gut. Aber es stimmte nicht. Okay. Tut mir leid. Ja, alles gut. Mir hat einfach diese klare Linie auf diesem Löffel leider gefehlt, aber mach weiter, sorry. Super, danke. Tut mir schrecklich leid, er hat mich nicht überzeugt. Okay, nee, kann ich verstehen. Ich werde mich total nachvollziehen, alles gut. Du hast die richtige Zahl auf dem T-Shirt. 36, Postleitzahl für Kreuzberg. Ich fand halt, dass der Löffel nicht wirklich irgendwas klar herausgearbeitet hat. Da ist was, da kribbelt auch irgendwas und dann ist es aber auf einmal weg. Ich würde einfach nur gerne wieder nach Hause, ich würde gerne zu meiner Freundin. Wir haben uns gerade einen Hund geholt und er wartet auch schon die ganze Zeit auf mich zu Hause. Ich habe echt mit mir gehadert. Ich habe leider die falsche Entscheidung getroffen. Ich habe dich nicht mit auf die Reise genommen. Alles gut, kann man nichts machen. Sehr schade. Ja, alles gut, nee. Kann man nichts machen. Na ja, doch, also ich ärgere mich so ein bisschen, weil mein Bauchgefühl hat gesagt, mach mal, das wird schon. Habe ich nicht drauf gehört. Sorry. Ist gut, kann man nichts machen. Das hat mir leid getan, weil weil ich Ben dann gesehen habe mit seinem 36 Kreuzberg T-Shirt, hätte ich den sofort genommen. Ich hätte den am Fuß gepackt in mein Team gezogen und nicht mehr weggelassen. Vielen Dank, danke schön. Alles Gute. Ciao. Ja, ich glaube, ich habe den auch nicht gut angerichtet und es war einfach auch meine Schuld irgendwie und ja. Aber echt cooler Typ. Sehr.